Da ist sie! Braucht mir ein bisschen Glück. Ja, aber sei ihr gegönnt. Zählt als Treffer für Sie, oder? Ist das in Ordnung? Auf jeden Fall. Den Ersatzspielerinnen im Rückraum direkt an. Tessa von Seil, Frieda Rönning und Haruno Sasaki. Das war übrigens ein tolles Beispiel für einfach physische Überlegenheit von mir. Beckerer. Ich werde es in Ordnung. Ich werde es in Ordnung. Ich werde es in Ordnung. Da ist die Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020